Schönen guten Tag, liebe Damen und Herren, es ist wieder Zeit, dass ein ganzes Jahr uns verlässt und wir ein neues Kapitel anfangen. Es war eine schwere Zeit, wir müssten alle unsere Grenzen nochmal überdenken und gewisse Verantwortung übernehmen. Denn um einen Rückblick, Zusammenfassung von diesem Jahr zu machen ist, dass Schnee, nein nicht Schnee, dass Schnecken von Blättern, die Chloroplasten essen und selber dann aufgrund der Photosynthese Energie gewinnen können. Das ist ja mal das Ding, das ist 2020. Ich hoffe, wir kommen in bessere Erkenntnisse und haben ein gutes, offenes, demokratisches Gesellschaft. Vielen Dank.